Ich war jetzt gerade auf YouTube unterwegs und habe ein Video entdeckt. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Meine lieben Freunde, das Video ist noch offen. Das Video hat mich einfach so fasziniert, dass ich mir einfach nur gedacht habe, Georg, lad einfach ein Video dazu hoch und macht den Leuten da draußen die Augen auf. Es ist zuerst mal ein tragisches Video. Ein Flugzeug, das abstürzt. Was hören wir in diesem Video? Die letzten Worte von diesem Piloten. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid dieser Pilot. Ihr wisst, dieses Flugzeug wird jetzt abstürzen. 90% werdet ihr diesen Unfall nicht überleben. Wie würdet ihr reagieren? Was würdet ihr machen? Je lasse Erste Erste Gäuble Stράffer Untertitelung des ZDF, 2020 Was möchte ich denn mit diesem Video bezwecken? Was soll das Ganze eigentlich? Es kann jederzeit mit eurem Leben vorbei sein. Dieser Pilot wusste niemals, niemals, dass er in diesem Flugzeug sein Leben verliert. Kein Mensch weiß, wann er stirbt. Kein Mensch weiß, wo er sein Leben verliert. Kein einziger. Deshalb sollst du immer bereit sein. Vergiss deinen Glauben nie. Vergiss deine Familie nie. Vergiss deinen wahren Freunden nie. Hilf jeden Menschen, der deine Hilfe braucht. Bevor ihr dieses Video disliket oder euch fragt, ey, was soll denn der Blödsinn? Ich versuche die Menschen per Video zu unterstützen oder die Augen sogar zu öffnen. Helft den Menschen da draußen. Versucht euer Leben richtig zu leben. Denn kein Mensch weiß, wann er stirbt. Und wenn er stirbt, dann ist es zu spät. Ich würde mich extrem freuen, wenn dieses Video mal einen Daumen nach oben bekommt und eine große Reichweite bekommt. Ich freue mich wirklich extrem, wenn meine Videos eine große Like-Anzahl bekommen, eine große Reichweite, eine große Aufrufanzahl. Es gibt mir so viel Motivation und ich möchte dann jeden Tag ein Video drehen. Die Welt werden wir miteinander verbessern. Glaubt an euch, meine lieben Freunde. Ich liebe euch über alles und peace out.